hallo leute mein name ist er in zock und damit herzlich willkommen zu einer reaktion ja werden alle momentan auf die game awards erwarten wo unter anderem jetzt endgültig anscheinend bestätigt wurde dass ein smash fighter dort wirklich bekannt gegeben wird auch wenn das sowieso schon klar war nachdem so lange keiner gekommen ist und das hier im nächsten jahr schon zu ende sein soll ist alex weiter mit der angekündigten animation gekommen von cyberpunk ja wir reagieren darauf auf den smash-trailer reagieren wir dann morgen wer der gewinner ist es wird natürlich keine so große überraschung sein nämlich da nicht so schon anfangen wir zu erkennen wer es ist aber gucken wie der dann aussieht und wer es ist ja momentan im roster crash saura und fortnite sowieso overwatch und ja los geht's ein kleiner ausschnitt haben wir davon ja schon sehen die ach du schade ist das wieder nicht mehr das ist verschiedene gewisse machen die 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 Nein, ist es nicht. John Wick. Aus Wort. Nein. Ich habe herausgefunden, dass die Cyber-Gang herausgefunden ist. Hier sind die Ente, die ich für dich habe. Diese Gangs sind allgemein in der Stadt, und ich weiß nicht, wie sie sich beantworten. Und ich werde deine Hilfe brauchen, um sie runterzuhalten. Was ist da für mich? Das ist das. Das ist das. Das ist der Mangan und Jaragetz. Mit mir und meinen Koordinatoren für die Präparation morgen. Ach, daher haben sie das Geld. Oh. Yellow und das Mädchen. Die waren wohl gerade unbewaffnet, wie es aussah. Die waren wohl gerade unbewaffnet, wie es aussah. Aber sie waren nur noch. Das sind keine V-Bucks. Das sind keine V-Bucks. Das sind keine V-Bucks. Das sind keine V-Bucks. Aber sie sind nicht. Aber wir sehen die Linien. Und jetzt lockt sie. Sie baut sich um uns. Das mit dem Potliss ist sogar noch dümmer. Oh man, sie hat sich echt auf die Gänge gelassen. Wie sieht es aus. Und vor der kann es rauf. Okay, die sind auch dabei. Oh, Spider ist auch dabei. In einer neuen Rüstung. Wo ist eigentlich der Inkling? Er ist eigentlich nicht dabei. Ich bin dabei. Oh, weia. Was das so für Auswirkungen haben. Ah! Ich bin dabei. So, jetzt muss ich das erklären. Oh! Tari! Im Asher war der Duell. Modell. Gar keine Reaktion. Alles klar. Aber die Tari waren cooler. Ich würde gar so kurz aus... Alright. Ich sehe hier. Oh mein, Sonny. Spanning. Everything. So, die von uns ich gar nicht so... Nö. Ich habe das einfach ein Tybord. Obwohl sie gerade ein Tybord zu Campen. Alles klar. So ging. Ah! Ich habe das auch rausgelegt. Ah! Ich habe die Bremse. Verwärter. No! Ah! Ich habe die Bremse! Ah! 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 Ich hatte die Bremse. Oh oh Sie ist einfach ein Schreibermeißler Wenn sie kicktort im Kurzschluss durch das Trinken Sie war schneller Nein Okay, ich glaube du bist mein kleiner Pog-Champ Komm her Als ob sie den Meme eingebaut haben Der war ja, den habe ich durch Maggie erfahren Und Bei einem anderen klappt das nicht Oh oh Vorsicht Was? Eva? Ich dachte er ist Dacontari Aber Ne Eva Das muss ein neuer Charakter sein Oder ein Gastauftritt Gastauftritts gab es ja schon aus Bei Elex Spider Und was? Aber wenn er in die Zusatznahme kommt glaube ich hier Das ist ein Gastauftritt Eieieiei Also ich glaube jetzt kommt der Charakter Bei Elex Spider Hast du nicht irgendwie den Chant? Nein Natürlich Geh da auf den Zucker Ja nicht Ja Hey das Schwerd Ich krieg dir jetzt zu beim Relief Schon wieder? Das hat mir doch er erst am Anfang des Jahres Und jetzt gegen Ende doch mal? Okay Okay Interessant Aber das ist fast da Eines 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 Oh nein Oh this feels great Haha Ya nineteen incubate Danke, Inkura! Hey Wick, Cyber Gang leaders defeated. Ich hoffe, du möchtest den Anzum-Me-Payment. Natürlich! Wie ist dein Incoming? Oh, es ist nichts. Und ich war nicht erwartet, Special Forces. Wir haben sehr gut gemacht. Ich hoffe, zu sehen uns beim nächsten Job. Sure thing! What a good day in this beautiful city. Well, look who's back! Uh, ja. Da kickst du kein Cyborg! Würde mich echt interessieren, oder? Ist das nur in diesem Jahr? Like, comment, subscribe! And turn off notifications bell! Ja, das ist jetzt der interessante Wandel. Ich vermute mal, das war die letzte Animation für dieses Jahr. Und das wäre auch eine coole Anspielung auf die erste Animation von diesem Jahr gewesen. Aber, hm. Mal schauen, wie LX Spider sich da weiterentwickelt. Damit bedanke ich mich für's Zusehen. Bei Sozial, lasst auch da. Und, bye! Bye! Bis zum nächsten Mal! W verste shocked ich mich nicht. Ello же, ich nehme!